Die Kameraden, die dort sind, wissen nicht, was jetzt hier vorgeht. Die Kameraden, die jetzt von hier links mit dem kleinen Löschfahrzeug hier zu holen. So, der Notarzt ist auch auf der Anfahrt und wird jetzt die Kollegen vom Rettungswagen unterstützen. Sie wird begleitet von einem Rettungsdienstmitarbeiter und dieses Team ist mit einem Pkw mobil und kann immer dahin fahren, wo sie gebraucht werden. Der Rettungswagen transportiert und die Ärztin wäre sonst auch wieder abkömmlich und könnte woanders zur Verfügung stehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017